Zwei neue Carports aus Holz. Wir freuen uns, Ihnen die zwei neuesten Carport-Modelle aus Holz vorstellen zu können. Henley in der Standardgröße und das extra große Modell Henley XL. Beide Modelle bestehen aus Holzelementen in Premium-Qualität und besitzen eine Werksgarantie von fünf Jahren. Alle Stützpfosten und Tragekonstruktionen sind 120 x 120 mm dick und aus Gulam-Holz für maximale Stärke, Stabilität und Langlebigkeit. Alle Holzelemente besitzen vorgebohrte Löcher für ein schnelles und einfaches Verbinden mit Bolzen und Muttern. Im Standard-Set ist alles Notwendige enthalten. Schrauben, Nägel, Metallbolzen und Mutter, 18 mm Dachbretter, regulierbare Metallfüße für die Stützpfosten, die am Fundament befestigt werden können, sowie eine detaillierte Bauanleitung. Die Gesamthöhe kann durch Zuschneiden der Stützpfosten reguliert werden. Diese Carports aus Holz wurden für eine schnelle und einfache Selbstmontage entworfen, aber sie können auch unser Montageteam in Deutschland, Österreich oder der Schweiz in Anspruch nehmen. Zusätzlich empfehlen wir in Finnland hergestellte Dachschündeln sowie Holzschutzmittel und Farben der deutschen Marke Cora. Zurzeit können Sie zwischen zwei Modellen wählen. Henley für ein Auto und Henley XL, das zwei Autos unterbringt. Beide Modelle können natürlich auch anderweitig genutzt werden, als Laube, Unterstand für einen Badezuber, als Essbereich, Schulraum, Kindergarten oder eine Gartenlounge mit Regenschutz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017